Ich habe damals eine Ausbildung gemacht und in der Ausbildung habe ich auf einmal gemerkt, meine Hände verkrampfen sich so komisch, meine Beine verkrampfen sich so komisch. Dann bin ich zum Arzt gegangen und da kam dann die Diagnose, ja, das sind MS-bedingte Spastiken. Jetzt habe ich ja wieder eine ziemliche Gehverschlechterung einfach, ich habe wieder ziemliche Schmerzen und ich freue mich jetzt sehr darauf, den Anzug wieder anzuziehen, weil mir das wieder Leichtigkeit im Leben geben wird. Es ist sehr surreal, ja. Das ist wie, wenn man lange die Luft angehalten hat und auf einmal atmen kann, so fühlt sich das an. Ich kann tanzen, ich kann laufen, ich kann greifen, also Sachen, die eigentlich völlig normal sind im eigentlichen Alltag und jetzt sind sie auch für mich normal wieder. Naja, was soll ich sagen, dieser Anzug hat innerhalb von einer Stunde mir Mobilität geschenkt und deswegen ist dieser Anzug für mich mein Superheldenanzug.